so willkommen zurück jetzt weiß ich auch woran das liegt warum meine facecam langsam asynchron wird es liegt an diesem spiel einfach wenn ich das spiel wieder schließe ist sie auf einmal wieder ganz okay so und wenn so im verlauf des spiels ist sie einfach wieder asynchron darauf muss ich ein bisschen achten auch weiß ich nicht warum die qualität zu scheiße ist ja okay gut vor meinen wie also vom letzten wieder dies ein bisschen verpixelter als die anderen da müsst ihr mir ein bisschen entschuldigen ich weiß nicht woran das liegt ja wie gesagt ich weiß nicht woran das liegt und ich versuche es einfach mein bestes zu geben ja und gucken halt wo er mir eher so schnell wie möglich ein richtiges eine richtige facecam zu holen going in the circle also geben zirkel so gesagt beziehungsweise kreis okay das nichts drin okay ich bin immer noch synchron es macht mich jetzt paranoid immer wieder hin zu gucken okay gehen wir mal gehen den kreis blablabla okay ist alles okay so ähm alter uhr natürlich gehen alle räume auf ist natürlich klar gehen wir den hier ist egal welche in welchen wir gehen so wir sind fast durch das weiß ich toll es ist eine fliege hier ähm wir haben ja gesehen wir brauchen noch zwei dinger von sechs also zwei von sechs fehlen uns noch aber das ist die frage ich glaube da geht es weiter deswegen gehen wir einfach mal jetzt hier rein ähm ähm make up your mind zack 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 äh 17. Juni es spricht schon wieder von den achso er spricht schon wieder von den verdammten ratten ich glaube ich habe noch einen kleinen äh noch keine einzige gesehen aber es hindert ihn auch nicht daran überall fallen aufzustellen er behauptet sie in den wänden zu hören und dass es hunderte sein müssen gott ich hoffe verdammt nochmal dass es stimmt ich hoffe dass sie in der nacht herausgekrochen kommen und dich in deinen schlaf fressen du grau du grausamer von dir selbst besetzner lächerlicher säufer scheinen sich nicht mehr wirklich so zu mögen scheinbar ich hoffe ich ist eine frau war das ist das deine frau ich will da jetzt ernsthaft nicht lang gehen aber wir müssen scheinbar licht warte ich sehe nichts oh oh mein gott oh oh mein gott ja ich habe jetzt mal ein Thumbnail rein getan so ich kenne das Thumbnail so ähnlich und dann dachte ich mir mache ich es mal fast genau also so ein bisschen abgeändert natürlich ähm und außerdem ist sie auch auf einigen bildern drauf oh mein gott das war jetzt irgendwie ein bisschen klar ich habe meine Kamera wieder umgetreten wenn ich wieder da hinten gesetzt hätte das wäre eigentlich der Stuhl auf den ich normalerweise sitze da wo ihr die Boxen seht ähm ja ich glaube das Kapitel wird noch schlimmer bist du freundlich zu mir Ratte ich glaube die Ratte ist freundlich zu mir ähm so du bist eine freundliche kleine Ratte achso da 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 ich mag keine engen Räume ich folge dir schade ok woher soll ich wissen was was ist ich meine ich kann einfach so sagen yo da geht es da rüber und dann ist das das ich habe übrigens nichts mitbekommen von den Sachen die umgefallen sind toll das ist wieder ein Rätsel was ich nicht verstehen werde alles was ich benutzen kann ist dieses äh fuck das werde ich jetzt wohl nicht wieder verstehen das heißt es wird wieder eine lange Aufnahme ok ich bin noch synchron ähm Katze hm ich kann auch einfach nach da gehen ich denke mal das geht nach da nach da nach da nach da nach da was suche ich denn überall hä ich weiß nicht mehr was ich suche das geht nach da 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 das geht nach 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 was suche ich denn ich suche ich suche Katze ne gehen wir so 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 1 ich kann mir das hä ich kann mir das nicht vorstellen dass das so sein soll aber es sind 3 alles klar 1 haben wir schon mal ne nochmal so so das den hatte ich so gehen wir jetzt mit denen mit 1 4 3 1 4 3 das kann nicht richtig sein 1 1 4 3 natürlich ist es nicht die Antwort mhm 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 vielleicht suchen wir Ratte oder ist es 4 7 oder ist es was zu Hund führt es ist richtig viel rumgerate ach ich habe keine Ahnung ey diese Linien sind einfach dumm ähm gehen wir von Ratte jetzt einfach mal mal 7 8 6 7 8 6 7 8 6 6 nein es ist auch nicht auch man da guckst mich jetzt schon ein bisschen an ähm ja hm keine Ahnung Ahnung ich habe nachgeguckt 3 4 1 soll es angeblich sein 3 4 wahrscheinlich das obere muss es sein 3 4 1 keine Ahnung wie man darauf kommen soll auf jeden Fall ist es so so weiter gehts hier in den geilen Game zum licht wir müssen zum licht diese strähne nerven mich übrigens ähm so wo sind wir denn jetzt hier ich muss es ungefähr 5 minuten abziehen das heißt wir sind es bei 9 minuten ungefähr ähm den Rest werde ich irgendwie rausschneiden wo ich gucke habe mich damit nämlich ein bisschen mehr beschäftigt als ich wahrscheinlich sollte wir sind scheiß Rätsel aber es haben auch mega viele geschrieben das Rätsel ergibt keinen Sinn das Rätsel ist schlecht das Rätsel ist crap ich ich kann auch verstehen warum die Leute das denken ja komm schlag doch wieder zu alter die Musik ist so geil in den Game du 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 wisst ihr was nicht so geil ist so große Gemälde fucking große Gemälde hey tut mir leid dass ich dir so lange nicht geschrieben habe ich wurde mit der Arbeit überschüttet ich muss dir sagen dass dein letzter Brief sehr verstörend war und es mal vorsichtig ausdrücken ich kann einfach nicht glauben dass sie deine alten Gemälde anzünden würden warum sollten sie das machen besonders die Dame in schwarz es war doch ein Tribut an sie oder nicht ich weiß nicht was ich dir sagen soll außer dass du ihre professionelle Hilfe professionelle Hilfe suchen solltest und zwar Pronto du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden nach allem was geschehen ist bin ich mir sicher dass es dir ebenfalls gut tun würde ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären wie schwer enttäuschend der Käufer von dieser Neuigkeit war die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker wie auch immer ich werde weiter suchen du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren ich weiß dass es noch immer in dir steckt ich glaube an dich dein Freund und Agent Thomas Oldwell mach ich nicht und die letzte und da ist natürlich wieder nichts drin ok das Bild hat sich jetzt kein bisschen verändert Oh dann gehen wir mal zum Bild würde ich sagen Oh nein, wie gruselig What the fuck Drogen, ich sag's immer wieder, es sind einfach Drogen, die er nimmt Aber hey Begegen machst du halt nichts, ne? Mir ist aufgefallen, dass er öfters aufwacht Er sollte aufhören damit Was ist denn da? Ich will immer springen mit Leertaste, aber ich kann nicht springen Ach guck mal, da ist wieder das Ding drin Wow, wow, das kann ich auch, wow So Guck mal, da sind meine Freunde Wartet auf mich Meine Freunde Die Tür ist immer noch zu, ich glaube da komm ich am Ende rein oder so Ich bin sehr gespannt, von da kommen sie Das heißt, ich gehe nach da Leinwandkrabler Masse pulsierendes Fell Wie Gift zum Malen Feuer, letzter Ausweg Das ist glaube ich das, wo die Frau geschrieben hat Dass die Gemälde angezündet worden sind Da bin ich mir sogar ziemlich sicher Ich achte nie darauf, wenn irgendwas passiert Rollstuhlfahrer Mal wieder was zu lesen Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden Ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall Obwohl es mich schmerzt ist sagen zu müssen, hat sich nicht weiterentwickelt Ich würde sogar weitgehend sagen, wenn überhaupt so sind wir ihr Zeuge eines Künstlerischen Rücktritts geworden Ach so sind wir hier Zeuge eines Künstlerischen Rücktritts geworden Ja, ja Hey there, Prinzess What? Oh This is Daddy's Medicine Whenever Daddy's hurting This helps the hurt go away No, don't touch that Oh God I'm so Wait I'm sorry I'm sorry Ja, wahrscheinlich hat ihn die Kritik dann fertig gemacht Oder die Kritik gab es schon vorher Oder die Kritik gab es schon vorher und äh Da irgendwas passiert ist, scheinbar ein Brand auch Den er versagt hat Jetzt ist halt die Frage Oh nein Oh nein Oh nein Oh mein Gott Oh Oh Oh, du blöde Bitch Da kommt die Hälfte vorhin Da ist doch echt tot Hallo Scheiße Ich hab wieder Babyschrei gehört Ein bisschen Schmerz Schmerz reicht weit Fuck Alter, what the fuck Ich hab mich für die alte Kackpatze gerade schon wieder steckt Okay, scheinbar kein Brief zum Lesen Okay, noch drei Minuten ungefähr geht die Folge So Okay, schon, komm, 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 komm So 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 Zack Das war's wieder mit der Folge Ich kann dich gut Ich kann dich gut hier beenden Ich kann dich gut hier beenden Bis zum nächsten Mal Oh, komm, komm, komm rose, komm, komm